Ich habe keine Ahnung, also ich habe das, wann habe ich das gekauft? 85? Ich bin da bestimmt schon 30 Jahre alt. Aber es fängt lang, ich meine, es war kein Birnbaum, oder? Ne, es gab kein besonderes Holz. Du hast es nicht geliebt. Du bist mit der Bier. Doch, das habe ich sehr geliebt, aber irgendwann hört ihr die Liebe machen. Nur noch schräge Töne rauskamen und was ich daran gemacht habe, die Hämmerchen sind abgebrochen. Dann habe ich Außenhämmerchen aborientiert, weil so die Außenhämmerchen braucht man ja nicht so häufig, eigentlich gar nicht. Es sei denn, man ist Viertuose und hat die dann dazwischen eingebaut. Dann habe ich das gestellt, dass die eine ganz andere Größe hatten. Und dann sind da so Fäden durchgezogen, wo dran die Hörscherben, ne? Und dann waren die teilweise so gut.